Beim Zustieg zur Alpindor ist es extrem wichtig, dass man rechtzeitig den Helm aufsetzt, weil andere Seilschaften, Tiere oder der Wind Starnschlag auslösen kann. Und da wäre es natürlich blöd, wenn man schon beim Hingehen einen Starn abkriegt. Vor dem Einstieg in die Wand ist der Partnercheck unerlässlich. Gegenseitig prüft man hier den Anseilknoten. Es wird geprüft, ob das Sicherungsgerät richtig eingelegt ist, der Karabiner verschlossen ist, ob die Gurte richtig angezogen sind. Bevor man losklettert, schaut man noch einmal im Topo, wo die Route exakt verläuft. Vor allem auch, wie lange die Seillänge ist, damit man den Stand gut findet. Es gilt natürlich auch abzuklären, ob man überschlagend klettert oder immer der gleiche Vorsteiger ist, weil man da das Material dementsprechend aufteilen muss. Beim Alpinklettern, vor allem in Pläsiertouren, habe ich natürlich Bohrhaken, die ich klippen kann. Die sind dann oft weiter auseinander, als es zum Beispiel im Klettergarten der Fall ist. Wenn ich die Zwischensicherung klippe, muss ich einige Dinge beachten. Das Wichtigste beim Klippen der Zwischensicherung ist, dass ich das wirklich aus einer stabilen Position mache, weil ich sollte einfach vermeiden, dass ich stürze. Wenn ich die stabile Position habe, dann muss ich das Seil richtig einklippen in die Express Schlinge. Das heißt, das Seil, das von unten kommt, sollte von hinten in den Karabiner laufen und nach vorne zu mir wieder rausführen. Im Extremfall, wenn es andersrum durchläuft, könnte es sein, dass sich das beim Sturz ausklippt. Wenn ich die Express Schlinge in den Haken einhänge, muss ich zwei Sachen beachten beim Alpinklettern. Einmal, dass ich bei einem, wenn es ein Ringhaken ist, der Schnapper der Echse wegzeigt von der Wand und generell darauf, dass ich den Schnapper entgegen der Kletterrichtung einhänge. Also wenn ich zum Beispiel nach rechts kletter, sollte der Schnapper nach links zeigen. Das verhindert einfach, dass sich das A, die Echse im Haken selber ausklippen kann und B, dass es zu einer Schnapper-Offenbelastung kommen kann. Und ein schöner Trick beim Alpinklettern ist eine verlängerbare Express Schlinge. Da kann ich zum Beispiel verhindern, dass wenn ein Karabiner mal blöd auf einer Kante liegt und eine Knickbeleistung bekommt, dann nehme ich die verlängerbare Schlinge und kann diese Knickbelastung verhindern. Oder wenn der Seilverlauf schlecht ist oder dass viel Seilreibung entsteht, kann ich dadurch die Seilreibung verringern und habe einfach mehr Spaß dabei. Obwohl die Situation beim Standplatz immer andere ist, ist der Standplatzbau selber eigentlich einfach. Der Standplatz muss für uns eine Insel der Sicherheit sein. Wenn ich einen Standplatz bauen will, dann brauche ich Fixpunkte, mindestens mal einen, in der Regel aber mehrere, die ich zu dem Standplatz verbinde. Das können sein Bohrhaken, Schlaghaken, Klemmkeile, Köpfelschlingen, Sanduhrschlingen. Da gibt es eine Menge, die ich dafür verwenden kann. Gerade der Standplatz sollte redundant sein. Das heißt, wenn einer der Fixpunkte versagt, ist noch mindestens ein weiterer da, der dann den Sturz auffangen kann. Den Standplatz baue ich so auf, dass ich am Ende einen Zentralpunkt dabei entstehen lasse. Und in dem Zentralpunkt, der Zentralpunkt ist mit allen Fixpunkten des Standes verbunden. Und das ist auch der Punkt, in dem ich dann meine Selbstsicherung, auch die Sicherung von meinem Partner dann einhängen kann. Es gibt zwei Arten, einen Standplatz aufzubauen. Zwei grundlegend verschiedene Arten. Das ist einmal die Reihenschaltung und dann die Kräfteverteilung. Die Reihenschaltung verwende ich dann, wenn ich mindestens einen soliden Fixpunkt am Standplatz habe. So etwas wie einen Bohrhaken. Und da wird es dann so gemacht, dass ich die Belastung auf den einen soliden Fixpunkt hänke und den zweiten als Reihe dahinter schalte. Der zweite Fixpunkt bleibt aber unbelastet. Wenn ich am Standplatz keinen Bohrhaken habe, also eigentlich nur mobile Fixpunkte, dann baue ich ein sogenanntes abgebundenes Kräftedreieck auf, das mir eine Kräfteverteilung auf die verschiedenen Fixpunkte garantiert. Der Standplatz ist bestimmt eines der komplexeren Themen auf einer Alpintour, aber gleichzeitig auch das Wichtigste, weil es der zentrale Sicherungspunkt in der ganzen Tour ist. Wenn ich den beherrsche, dann steht eigentlich einer erfolgreichen Tour nichts mehr im Wege. Alpine Klettertouren sind natürlich nicht am Gipfel zu Ende, sondern erst dann, wenn man wieder sicher drunten ist oder am besten daheim ist. Vor allem dann, wenn der Abstieg über einen komplexen Steig, über Schotterreisen oder über Abseilpisten erfolgt, muss man besonders gut noch aufpassen.